Die CEV-Dennisbank Volleyball Champions League im SSF. Die Zürcherinnen haben es unter die besten zwölf Teams des Kontinents geschafft. Im Achtelfinale trifft Volero Zürich auf den aktuellen Meister aus Italien. In der heimischen Salzsporthalle möchte sich der Schweizer Meister eine gute Ausgangslage für das Rückspiel verschaffen. Volero Zürich gegen Rebecki Nordmechanica Piacenza. Heute 19.45 Uhr live im Sportszenefernsehen. Die CEV-Dennisbank Volleyball Champions League wird präsentiert von Volero Zürich, Eventcourt AG und der Schultesklinik.